La première classe bilingue de la ville de Berne a bien commencé. Seit dem letzten Sommer besuchen 24 Kinder hier im Marzilli, der erste zweisprachige Kindergarten in der Stadt Bern. Ihren Unterricht ist Deutsch und Französisch. Was für uns in der Stadt noch ein Novum und unbekannt ist, ist für die Kinder längstens Alltag und Normal. Ich freue mich sehr, dass die Kinder damit beweisen, was wir aus der Theorie längstens kennen. Je jünger das Kind sind, desto schneller finden sie sich in zwei Sprachen gut zurecht.